Lexus, Premium-Marke des Toyota-Konzerns, Hybrid-Spezialist und auf der ganzen Welt berühmt für seine Qualität und Kundenzufriedenheit. Der IS versucht sich jetzt in der dritten Generation auch in Deutschland wieder einmal gegen BMW, Dreier und Co. Und in dieser Klasse, seien wir doch mal ehrlich, zählt vor allen Dingen eines, Fahrspaß. Also nehmen wir doch mal Platz im Lexus IS 300 H, drücken den Startknopf, Fahrmodus Sport und los geht's. Ach herrlich, Rundinstrumente, übrigens wie im Supersportwagen LF-Fahr und ich finde genau so muss das in einem sportlichen Auto aussehen. Und die Drehzahlnadel schießt auch schon nach oben, denn im IS 300 H steht das H für Hybridantrieb. Das heißt, ein Benziner und ein Elektroantrieb schieben ordentlich an mit einer Systemleistung von 223 PS. Also Power ist ausreichend vorhanden und natürlich mit Heckantrieb. In 8,3 Sekunden geht's von 0 auf 100 bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 200 kmh. In puncto Fahrverhalten haben die Lexus-Ingenieure ordentlich nachgeschärft. Zunächst mal wurde die Karosserie im modernsten Laserschweißverfahren gefertigt. Dann hat man dem Fahrzeug eine neue Vorderachse spendiert, einen längeren Radstand und eine breitere Spur und das alles führt dazu, dass der IS einfach satt auf der Straße liegt. Kein Knistern, kein Knacken, so wie man das von Lexus eben kennt. Und übrigens auch das Popometer überträgt verlässliche Daten, denn man sieht es tief in komfortablen Sportsitzen mit hervorragendem Seitenhalt umhüllt von der Mittelkonsole und dem Cockpit. Also das fühlt sich fast so an wie in einem Rennwagen. Egal ob man sportlich oder sparsam unterwegs ist, mit einem Lexus ist man immer individuell unterwegs. Das Design eines IS sieht man eben nicht an jeder Ecke. Ein paar Designelemente am IS gefallen mir besonders gut. Zunächst einmal die coupéartige Seitenlinie des Fahrzeugs mit der Charakterlinie, die sich vom Scheinwerfer vorne über die gesamte Fahrzeuglinie hinweg streckt. Und dann der sogenannte Diabolo Kühlergrill, der teuflisch viel Dynamik ausstrahlt und mittlerweile ein echtes Familiengesicht von Lexus geworden ist. Und dazu gibt es noch die neuen L-förmigen Tagfahrerleuchten, die insgesamt ganz schön viel Überholprestige verleihen. Also von außen sieht der IS schon mal scharf aus. Und von innen beweist er, dass Lexus vor allem für eins steht. Für Luxus. Das fängt mit dem edlen Materialmix an. Hölzer, Aluminium und dann... Man kann es sofort riechen beim Einsteigen. Leder im Überfluss, vor allen Dingen bei den mustergültigen neu geformten Sportsitzen. Auch die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Von der Zwei-Zonen-Klima-Automatik mit den neuen Touchline-Sensoren, die man einfach nur so berühren muss, bis hin zur 835 Watt Stereo-Surround-Anlage von Mark Levinson mit 15 Lautsprechern. Alles ist ergonomisch auf den Fahrer ausgerichtet, griffgünstig hier in der Mittelkonsole oder am Lenkrad platziert. Und dann die Platzverhältnisse. Durch den 7 cm längeren Radstand gibt es mittlerweile 50 % mehr Knieraum hinten für die Fondpassagiere. Die Rückbank ist mittlerweile teilbar und auch der Kofferraum ist richtig groß, obwohl sich darunter sogar noch die Hybrid-Batterie verbirgt. Eine der großen Stärken des IS 300 H ist sein Hybrid-Antrieb. Je nach Situation fährt man rein elektrisch, nur mit dem Benziner, übrigens ein 2,5 Liter Vierzylinder oder mit beiden Antrieben zusammen. Immer mit dem Ziel einer optimalen Gesamteffizienz. Und so kommt man mit diesem 223 PS Auto auf einen enormen Verbrauch von nur 4,3 Liter Super auf 100 Kilometer. Das entspricht 99 Gramm CO2. Ein absoluter Spitzenwert in dieser Fahrzeugklasse. Beim Ausrollen oder Bremsen klingt sich der Verbrennungsmotor aus und der Elektromotor wird zum Generator. Er lädt dann wieder die Batterien. Und so ist man im Stadtverkehr erstaunlich oft rein elektrisch unterwegs. Aber man ist mit dem Lexus IS nicht nur sauber, sondern auch sicher unterwegs. Es gibt jede Menge Assistenzsysteme, zum Beispiel den Totwinkelassistenten, einen Spurwechselwarner und ein System, das Lexus in Europa erstmals einführt, den Rückraumassistenten. Der hilft allen beim Rückwärtsausparken. Wenn man nicht sieht, ob von quer jemand herankommt, dann gibt es ein optisches und akustisches Warnsignal im Außenspiegel. Der Lexus IS hat in seiner dritten Generation einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er bietet ein ungeahntes Maß an Fahrdynamik. Er ist äußerst effizient und er ist modern und individuell verpackt. Eine echte Alternative in dieser Klasse zu den deutschen Premium Herstellern. Ein gutes Auto für Leute, die sich von der Masse abheben wollen.